So, hallo, ich bin hier mal auf der Joggingrunde und möchte so auch meinen Wochenrückblick für Woche 3, DigiFernunterricht, aufnehmen. Ich möchte zwei Punkte besonders hervorheben. Der erste Punkt ist, dass ich jetzt in den ersten drei Wochen sehr viele Fragen per Mail und auf allen anderen Kanälen bekommen habe und die beantwortet habe. Und das, denke ich, ist auch sehr wichtig, weil Menschen, Lehrerinnen und Lehrer sich zum ersten Mal mit gewissen Tools auseinandersetzen, da Ansicherheiten aufkommen und es hilfreich sein kann von jemandem, der schon Erfahrung damit hat oder sich auch vielleicht ein bisschen mehr traut, als sie eine Rückmeldung zu bekommen. Und so antworte ich eigentlich recht gerne und versuche auch immer ganz schnell zu antworten. Letztlich scheint es mir aber hilfreich zu sein, diese Fragen nicht privat zu stellen, sodass einfach ich sie zu sehen bekomme und die, die sie gefragt haben, die antworten, sondern versuche doch, die Fragen hier in den Kommentaren zu stellen, auf Social Media, wo ihr mich erreicht, auf LinkedIn, Facebook, Twitter bin ich sehr aktiv, auf Instagram ebenfalls. So können auch alle anderen, die mitlesen wollen, die sich vielleicht nicht trauen, die Frage zu stellen oder die dieselbe Frage haben, auch mitlesen, was ich und auch andere antworten, weil viele der Fragen, die ihr stellt, die kann ich zwar irgendwie beantworten, aber es gibt immer Leute, die das noch viel, viel besser verstehen, die auch gewisse Erfahrungen mit Klassen schon gemacht haben und euch da auch helfen können. Und deshalb denke ich, ist es wirklich sinnvoll, Fragen öffentlich, so öffentlich wie möglich zu stellen. Schämt euch nicht für die Fragen, sondern denkt daran, die helfen anderen auch, etwas zu verstehen, was sie vielleicht noch nicht verstehen. Dann möchte ich zu einem zweiten Punkt übergehen, der hat mit meinen Klassen zu tun, die ich jetzt schon die dritte Woche nicht gesehen habe. Und da wird die Arbeit schon etwas monoton, also ich arbeite oft Pendenzen ab, die sehr glatt sind. Ich habe nicht den Wechsel von Räumen, dass ich dann wieder irgendwo reinkomme, eine Präsenz habe, sondern die Räume sind bei mir immer Teams-Video-Chats oder Teams-Diskussionen oder Teams-Datei-Upload. Und diese gleichförmige Oberfläche, die sich da ergibt, mein Leben ist nicht gleichförmig. Ich bin jetzt hier auch im Wald, ich bin in verschiedenen Räumen. Ich kann mich schon bewegen, aber in meiner Arbeit kann ich mich kaum bewegen. Diese Gleichförmigkeit mag, dass ich einzelne Schülerinnen und Schüler etwas aus dem Blick verliere, dass die Beziehung aus meiner Sicht auch darunter leidet, dass so die kleinen Aktivierungen, die gegenseitige Präsenz fehlt und sie eigentlich nur von mir hergestellt werden kann, wenn die Schülerinnen und Schüler das nicht von sich aus tun. Und das ist aus meiner Sicht der grösste Aufwand, an alle zu denken. Ich habe nicht sehr viele Schülerinnen und Schüler, es sind ungefähr 80, die ich betreue und habe noch Studierende, ungefähr 10 oder 15. Und da immer daran zu denken, wer könnte jetzt meine Präsenz brauchen, wo müsste ich nachfragen. Das braucht sehr viel Zeit, wenn man nicht 80, 90, 100 Personen gleichzeitig chatten sollte, telefonieren sollte, das geht so nicht. Also nimmt man Abkürzungen und dann ist man einfach nur noch für die Aktiven, für die ohnehin Präsenten, Entschuldigung, ich habe jetzt hier so ein bisschen Schweiss im Auge, das muss da weg, gut, dass man einfach nur für die da, die ohnehin Präsent sind und das finde ich sehr, sehr schade. Es fehlt auch so an der Vertrauensarbeit, da werde ich dann noch einen längeren Beitrag dazu machen, wie Vertrauen überhaupt funktioniert, auch im Digi Fernunterricht. Und dieses Thema beschäftigt mich, dass wir dann auch nach den Ferien, wenn man sich dann fünf Wochen nicht mehr gesehen hat oder sechs Wochen nicht mehr gesehen hat, noch viel intensiver sein. Und da, obwohl ich digitalen Medien viel zutraue und sie gerne benutze, da fehlt es einfach an dieser Form von Präsenz, dass sich 26, 27 Menschen wirklich regelmässig im Seitenraum sehen, das ist so nicht möglich und darunter leidet diese wichtige pädagogische Beziehungsarbeit. Das sind so meine wichtigsten beiden Eindrücke von dieser Woche und ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich dann auf die nächste Woche und die nächsten Beiträge. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.